Ich habe es gerade richtig gesehen, ja, aber ich tatsache. Ich wundere mich ja immer wieder, was sie da so alles einstellen werden. Elfracht Kassel-Willemsel, interessant. Bei dem steht es richtig drauf, bei dem wiederum nicht, da sind alles ein bisschen merkwürdig. So ist besser. Was ist los, Aslan, Alter? Ich will ein bisschen weiter Spruch bringen, aber ich lass das lieber. Das fängt auch schon mal gut an, ich habe drei Stunden Fahrt von mir, Leute. Also, soll ich in den Mülleimer pissen oder was? Deutsche Bahn 2016 war so schlecht wie noch nie. Und das verstehe ich einfach nicht. Bei mir steht das wiederum richtig dran. Verstehen tue ich schon gar nichts mehr. Na komm schon. Da steht alles richtig dran. Das ist schuss, Pfeif. Ich will es heute, bitte geht's. Also diese Baureihe 425 ist ein bisschen anders, die kommt auch gar nicht aus NRW ursprünglich, die kommt von wo ganz anders her. Ich weiß noch nicht woher, müssen wir mal rausfinden, pass auf revisionsdaten.de mal gucken. Nächste Station, Lippstadt, Umsteigemöglichkeit zur Regionalbahn mit allen Zwischenhalten in Richtung Palaborn, sowie zu den Bussen in Richtung Erwitte, Warnstein, Brüten und Gesicke. Ob man das jetzt alles hören konnte, aber werden wir nachher feststellen. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Nächste Station, Hofgeismar, Umsteigemöglichkeit zur Regiotram in Richtung Kassel. Ausstieg in Fahrt Richtung links. And here we go, Hofgeismar. Und dann haben wir da auch ein Bildern an sich da, wo unsere erste große Kumpel ist. Und wir setzen uns noch zurückfahren. Ausgefahren. Ausgefahren. Oder. Ja. Oder schon mal hier. Einen schwe atrás, denn der Absatz macht uns mal abgeholt, ja. Oder Merci. Kein prof ними hat der Sprung gebraucht, die hat, habe ich da oben noch umgekommen, auch nur noch zwei Höhenste zuênciaen haben. Zu der Nacht habe ich da aber danniliation. Die shof持eltu bleibt unterteilen und befreit были haben wir eigentlich andererенная von Hause. Nächste Station, Kassel-Wilhelmshöhe. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zu den Regiotrams, den Trams sowie zu den Stadt- und Regionalbussen. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank! Diese Zugfahrt endet dort, wir wünschen alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen! Kassel-Wilhelmshöhe